Du hast eine wichtige Info aus deinem Notion gelöscht und weißt jetzt nicht, wie du sie wieder herstellen kannst. Keine Panik, in diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du wieder an deine wertvollen Inhalte kommst. Und außerdem schauen wir uns noch einige andere Fehler an, die in Notion häufig auftreten und wie du diese beheben kannst. Wenn du deine Notion-Probleme in Zukunft doch schneller lösen möchtest, dann lade dir doch diese kostenlose Grafik herunter, denn da siehst du dann auf einen Blick, was in welchem Problemfall zu tun ist. Und falls du mich noch gar nicht kennst, dann sage ich erstmal Hallo, ich bin die Dagmar. Ich bin zertifizierte Notion-Beraterin und auf diesem Kanal zeige ich dir, wie du dich durch Notion besser organisieren kannst und wie du mehr Struktur und Klarheit in deinen Kopf bekommst. So, jetzt lass uns aber loslegen und deine wertvollen Notion-Inhalte wiederherstellen. Je nachdem, was du gelöscht hast und wann du es gelöscht hast, gibt es in Notion verschiedene Möglichkeiten, Dinge wiederherzustellen und die werde ich dir jetzt alle der Reihenfolge nach vorstellen, von ganz einfach bis relativ komplex. Die erste und einfachste Möglichkeit ist die rückgängige Aktion, die will ich einfach der Vollständigkeit halber nochmal hier reinnehmen. Das kannst du nur machen, wenn die versehentliche Aktion, die Löschung zum Beispiel unmittelbar, bevor du dieses Video anschaust, passiert ist, also dass wirklich die letzte Aktion in Notion war und du Notion auch noch offen hast, dann kannst du einfach per Shortcut und zwar STRG und Z oder COMMAND und Z auf dem Mac einen Schritt zurück machen und dann dementsprechend wieder etwas herstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Unterseite versehentlich lösche, also ich habe es jetzt hier gelöscht, sie ist im Papierkorb und dann drücke ich STRG und Z, dann kann ich sie hiermit wiederherstellen. Genauso geht das übrigens über das Seitenmenü und hier über diesen Rückgängig-Button, aber ich finde den Tastaturkürzel einfach schneller. Wahrscheinlich aber ist es leider nicht so, dass du diese rückgängige Aktion verwenden kannst. Wahrscheinlich bist du hier, weil du zum Beispiel eine Notion-Seite gelöscht hast und diese Aktion aber schon etwas länger zurückliegt. Dann kannst du den Notion-Papierkorb nutzen. Also wichtig zu wissen, jetzt geht es um Seiten, die du gelöscht hast, nicht Teilbereiche von Seiten. Das schauen wir uns dann gleich als nächsten Punkt an. Und zwar gehst du da hier in die Sidebar und gehst dann hier auf den Papierkorb. Und hier siehst du jetzt in diesem Pop-Up alle Seiten, die im Workspace liegen, in diesem Workspace Notion Pro Demo, die ich jemals gelöscht habe, außer ich habe sie dann wirklich nochmal dauerhaft gelöscht mit einem Klick auf diesen Papierkorb. Und du kannst das Ganze jetzt aber filtern, wenn du den Namen der Seite weißt, die du wiederherstellen möchtest, dann kannst du jetzt einfach diesen Titel hier eintippen oder diesen Namen und dann siehst du, werden jetzt nur noch die entsprechenden Seiten angepasst, die dazu passen. Oder wenn du nicht den Namen der Seite weißt, ist es meistens am schnellsten, dass du zum Beispiel auf die Seite gehst, wo du das Ganze gelöscht hast. Wenn du das noch weißt, dann ist das schneller. Dann kannst du hier im Tab auf der aktuellen Seite nachgucken. Oder was auch das Ganze verschnellert, wenn du nicht den Namen kennst, ist diesen Tab zuletzt bearbeitet von mir zu nutzen. In dem Fall liegt diese Seite in allen Dreien drin. Also diese Tabs helfen dir, das Ganze etwas einzugrenzen, wenn du den Titel einfach nicht mehr weißt, wenn das vielleicht schon länger zurückliegt. Und dann kannst du hier auf diesen Wiederherstellen-Button klicken. Du kannst dir die Seite aber auch erstmal anschauen. Also du kannst da drauf gehen und siehst dann die Seite in der Vorschau, siehst dann hier diese Info, dass das im Papierkorb ist und kannst das Ganze dann auch hier wiederherstellen. Wenn du dir dann nicht sicher bist, wo die Seite wiederhergestellt worden ist, weil du dir nicht mehr sicher bist, wo du die angelegt hast, ist es einfach, hier den Breadcrumbs zu folgen. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel einen Breadcrumb weiter vorklickst oder eine Ebene weiter vorklickst, dann siehst du, dass das jetzt hier in dieser entsprechenden Datenbank in dieser Seite drin liegt. Aber vielleicht hast du ja keine gesamte Seite gelöscht, die du jetzt im Papierkorb wiederfinden kannst, sondern ein paar Blöcke von einer Notion-Seite oder einen bestimmten Textbereich, egal was dieser Block ist. Dann habe ich auch eine Methode für dich, wie du diese Dinge schnell wiederfindest. Bevor ich die dir erkläre, möchte ich dich aber um eine Sache bitten, und zwar mach dir eine Kopie von der Seite, wo du Dinge wiederherstellen möchtest. Denn wir nutzen jetzt den Seitenverlauf für diese Methode und alle Änderungen, die du danach gemacht hast, nachdem du Sachen gelöscht hast auf dieser Seite, sind dann verloren. Das heißt, mach dir einfach ein Backup und dann kannst du in der Zukunft dieses Backup wieder zusammenführen mit deinen versehentlich gelöschten Inhalten. Das geht ganz einfach, dafür gehst du hier einfach auf die drei Punkte und sagst hier duplizieren. Du kannst das auch mit STRG und D auf der Tastatur machen oder COMMAND und D. Allerdings nimmt das die Tastatur manchmal nicht an, beziehungsweise Notion nimmt das nicht an. Deswegen würde ich dir raten, das Ganze tatsächlich in diesem Fall über dieses Menü zu machen. Und jetzt siehst du, haben wir hier schon ein Duplikat von unserer Seite. Jetzt gehen wir zurück auf unsere Originalseite und dann gehen wir hier auf diese Uhr. Das sind alle deine Updates, die es auf dieser Seite gibt. Also das ist wie eine Historie von deiner Seite, was du hier gemacht hast. Auch andere Aktionen von anderen Mitarbeitenden in deinem Workspace wird es hier anzeigen. Und da schaust du jetzt nach so durchgestrichenen Inhalten. Also hier zum Beispiel ist der Punkt, wo ich diese Unterseite gelöscht habe. Und jetzt nehmen wir an, ich möchte diese Unterseite wieder herstellen. Dann gehe ich jetzt auf den letzten Eintrag davor, der noch so ein Uhren-Icon hat. Also manche Dinge haben kein Uhren-Icon, weil man sie nicht wiederherstellen kann, weil das keinen Sinn macht. Aber hier in diesem Fall sehe ich wieder ein Uhren-Icon. Dann klicke ich da drauf und komme jetzt zur Seitenwiederherstellung. Und hier habe ich jetzt einen Überblick, wie die Seite damals aussah, was da für Infos drauf waren. Und kann jetzt hier klicken auf Wiederherstellen. Ich kann auch hier nochmal die Uhrzeit überprüfen. Das ist manchmal auch noch eine gute Kontrolle. Und kann hier theoretisch auch noch hin- und herspringen zwischen anderen Seitenversionen. Also ich kann jetzt hier auch nochmal schauen, okay, was war da schon da oder nicht da. Da hatte ich zum Beispiel hier noch den Text nicht gemacht. Also ich möchte jetzt diese Version wiederherstellen. Dann klicke ich hier auf Wiederherstellen. Da muss ich das nochmal kurz bestätigen, dass auch bei Datenbanken alle Änderungen so zurückgesetzt werden, wie ich das zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Aber wir haben ja unsere Kopie erstellt. Also es sollte eigentlich kein Problem sein, wenn du die Kopie gemacht hast. Und dann klickst du auf Wiederherstellen. Dann denkt Notion ein bisschen. Und dann hast du jetzt diesen alten Status wiederhergestellt. In unserem Fall ändert sich jetzt nichts. Aber in deinem Fall sind deine gelöschten Inhalte jetzt hoffentlich wieder da. Und du kannst das jetzt optional als letzten Schritt noch zusammenführen mit dieser neueren Version der Seite, die du dir ja als Kopie hier gespeichert hast. Und wo du hier besonders aufpassen musst, das sind verlinkte Datenbanken. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann schau dir mal dieses Video hier an. Da habe ich das nämlich im Detail erklärt. Aber wenn du mit verlinkten Datenbanken arbeitest, dann findest du die Änderungen, die du in der Datenbank gemacht hast, nicht auf dieser Seite, wo die verlinkte Datenbank rumliegt, sondern in der Original-Datenbank, die verlinkt ist. Also in dem Fall müsstest du dann hier in die Original-Datenbank rein und hier dir die Updates anzeigen lassen. Und hier siehst du zum Beispiel, wenn ich Seiten umbenennt habe oder gelöscht habe oder irgendetwas anderes hier in dieser Datenbank gemacht habe. Und das bezieht sich dann auch auf alle verlinkten Datenbanken, die sich auf diese Datenbank beziehen. Wie lange du Dinge wieder herstellen kannst, das hängt übrigens von deinem Notion-Plan ab. Ich habe dir hier mal die Pricing-Übersicht von Notion aufgerufen. Und du siehst jetzt hier bei Seitenverlauf, dass der Seitenverlauf begrenzt ist für die Free-Version und die Plus-Version und sich dann immer weiter ins Unbegrenzte fortsetzt, je mehr du für Notion zahlst. Ist ja auch irgendwie logisch, dass das Ganze mit einem wachsenden Preis dann auch entsprechend erweitert wird. Wenn deine Änderung jetzt schon sehr, sehr lange her ist oder du keine hilfreichen Infos in diesem Update-Bereich findest, dann würde ich in dem Fall auf jeden Fall das Support-Team kontaktieren und um Hilfe fragen. Aber dazu gibt es später dann noch mehr Infos. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du eine Notion-Eigenschaft in einer Datenbank gelöscht haben könntest. Das ist vielleicht seltener der Fall, aber kann natürlich schon mal passieren. Und es ist manchmal auch richtig ärgerlich, wenn dann in dieser Eigenschaft wichtige Infos gesteckt haben, die sich jeweils auf die Datenbanken hier beziehen. Und das kannst du aber ganz einfach und schnell direkt in der Datenbank herstellen. Also das heißt, du musst zuerst in die Datenbank, in die Original-Datenbank gehen, wo du diese Eigenschaft gelöscht hast oder wo du sie auch ursprünglich angelegt hast und dann in das Datenbank-Menü rein. Das rufst du hier über diese drei Punkte auf und dann auf den Punkt Eigenschaften. Und dann gibt es hier ziemlich versteckt unten diesen Bereich gelöschte Eigenschaften. Und hier kannst du das dann ganz einfach herstellen. Und wenn ich jetzt hier etwas drin liegen gehabt hätte, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Option drin hätte und das wäre schon ausgefüllt und ich lösche das dann nochmal, dann wirst du sehen, dass das Ganze auch selbst mit den Einträgen, die da drin sind, wieder hergestellt wird. Also wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal anzeigen lasse oder nochmal wieder herstellen lasse, dann ist das Ganze hier wieder komplett. Jetzt weißt du, wie du verschiedene gelöschte Inhalte in Notion wieder herstellst. Aber ein weiteres häufiges Problem, was ich höre von Notion-Nutzern ist, dass ihr Notion gar nicht oder nur sehr langsam lädt. Und das kann sehr, sehr unterschiedliche Gründe haben und es gibt nicht immer eine Garantie, dass du das beheben kannst, aber du kannst schnell zwei verschiedene Dinge versuchen, die in den meisten Fällen die Geschwindigkeit von Notion schon erheblich erhöhen beziehungsweise einfach Notion nochmal neu laden lassen und dementsprechend, wenn es vorher gar nicht geladen hat, auch dieses Problem entsprechend beheben. Die erste Möglichkeit ist, dass du Notion zurücksetzen kannst. Das funktioniert unterschiedlich, je nach Browser oder App, in der du Notion verwendest und deswegen habe ich dir jetzt einfach die Anleitungen dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Unter diesem Link findest du dann für jedes Endgerät die passende Anleitung. Und das Zweite, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist die Notion Desktop App zu verwenden, wenn du am Laptop oder am PC arbeitest. Einfach deswegen, weil die Notion Desktop App in den meisten Fällen deutlich stabiler und auch schneller läuft als die Browser-Versionen von Notion. Also, falls du das noch nicht tust, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auf die Desktop App umzusteigen. Ein weiteres häufiges Notion Problem ist es, dass du hier auf dieser Seite überhaupt nichts mehr bearbeiten kannst. Also, ich versuche jetzt hier etwas zu löschen oder hier Blöcke hinzuzufügen und habe gar nicht die Möglichkeit. Da gibt es zwei Gründe, woran das liegen könnte. Der erste Grund ist, dass die Seite möglicherweise gesperrt ist. Das siehst du hier oben an diesem Icon gesperrt. Was du hier machen musst, ist, dass du einmal in das Seitenmenü reingehst und hier klickst auf Seite entsperren und hier kannst du sie dann auch entsprechend wieder sperren. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn du selbst verhindern willst, irgendwas versehentlich zu ändern, aber natürlich musst du auch ab und zu etwas ändern und wenn ich jetzt hier wieder etwas eintippen will, zum Beispiel, dann kann ich das wieder tun. Die Datenbank lässt sich ganz ähnlich sperren. Dafür musst du in die entsprechende Ansicht oder in die Original-Datenbank, die du sperren möchtest und kannst es dann hier entsprechend über das Datenbankmenü machen. Also, in dem Fall ist das hier und auch dann siehst du hier wieder das Icon gesperrt und vergiss nicht, dass das auch bei verlinkten Ansichten der Fall sein kann, nicht nur in den Original-Datenbanken. Ich entsperre das Ganze jetzt wieder und wir kommen zur Möglichkeit 2 und das ist, dass du mit mehreren Personen in einem Workspace arbeitest und einfach nicht die entsprechenden Berechtigungen hast, diese Seite zu bearbeiten. Und in diesem Fall kannst du mal hier einen Blick in das Teilen-Menü werfen, was da für Berechtigungen eventuell für dich hinterlegt sind, aber was ich dir noch mehr empfehlen würde, ist, dass du einfach mit dem Notion Admin für deinen Notion Workspace redest, also die Person, die den Workspace organisiert und einfach fragst, ob du auf dieser Seite entsprechend größere Berechtigungen bekommen kannst. Was tun, wenn jetzt gar kein Tipp von mir geholfen hat und wenn du immer noch auf deinem Notion Problem sitzt, dann ist es Zeit, dir Hilfe zu holen und das kannst du in Notion auf zwei verschiedene Arten und Weisen, immer über dieses Fragezeichen, was du hier unten am rechten Bildschirmrand siehst. Wenn du einmal da draufklickst, dann siehst du einmal die Möglichkeit, die Hilfe und Dokumentation aufzurufen. Wenn du da draufklickst, wirst du jetzt einfach in deinen Browser gebracht und kannst dann hier entsprechend die verschiedenen Artikel durchlesen, beziehungsweise hier auch einfach eine Suche starten, so wie du das aus Notion auch schon von deinen Inhalten gewöhnt bist. Und die zweite Möglichkeit ist, dass du auch den Notion Support kontaktieren kannst und das würde ich dir vor allem empfehlen, wenn jetzt wirklich nichts geholfen hat, wenn du jetzt total ratlos bist, was du machen sollst, wenn du zum Beispiel vielleicht auch versehentlich einen Workspace oder einen Teamspace oder einen Account gelöscht hast, also noch in einer viel größeren Größenordnung oder wenn du einen Teilbereich von einer Seite gelöscht hast, der aber super wichtig ist und du in der Notion Historie, also hier über diese Updates nichts Hilfreiches gefunden hast oder ein sonstiges Problem hast, also zum Beispiel auch einen Notion Bug, einen technischen Fehler gefunden hast, in all diesen Fällen kann der Notion Support weiterhelfen und solltest du auch den Notion Support kontaktieren, um einfach mitzuhelfen, dass wir alle zusammen dieses Produkt noch besser machen können. Und auch das machst du hier über das Fragezeichen und dann kannst du hier eine Nachricht an den Notion Support schicken, direkt aus der App heraus, und das Ganze ist auch auf Deutsch, das ist ein bisschen irreführend hier, aber es gibt ein deutschsprachiges Support Team, du kannst das Ganze auch auf Deutsch schreiben. Und jetzt noch von mir als Side-Note, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel der Notion Support wieder herstellen kann, auch Dinge, die schon lange in der Vergangenheit zurückliegen, also versuch einfach, den Notion Support zu kontaktieren. Manchmal muss man mit längeren Wartezeiten rechnen, je nachdem, wie viele Anfragen gerade reinkommen, aber versuche es einfach und wer weiß, vielleicht hast du ja Glück und deine Daten können wiederhergestellt werden. Wunderbar, jetzt weißt du genau, was du zu tun hast, um dein Notion Problem zu lösen und wie gesagt, vergiss nicht, dir meine Grafik runterzuladen, dass du das nächste Mal einfach noch schneller bist und einfach nur einen kurzen Blick auf die Grafik werfen musst und genau weißt, wo du ansetzen kannst. und ich drücke dir jetzt ganz fest die Daumen, dass du dein Notion Problem schnell lösen kannst, wenn du es noch nicht geschafft hast und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wie immer einen wunderbaren Tag. Tag.